Hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 3 von Oddworlds, Apes, Odyssey. Wird gleich mal lustig. Ja, komm, geh mal vorbei. Post, jetzt müssen wir warten, bis er kommt. Und auf und. So, ein schönes Panorama. Oh, er kommt, komm mal ab. Und diese Bombe müssen wir aktivieren. Es hat noch einen wichtigen Hintergrund, wenn ich mich noch rechtzeitig erinnere. Äh, komisch. Dann warten wir einfach mal, bis hier eine gute Gelegenheit zur Flucht bietet. Warte, warte. Perfekt, geschafft. Nice. Sehr gut, weiter geht's. Für alle, hier unten ist ein Secret. Aber die Secrets werde ich nicht mehr so machen. Für alle, die es gerne wissen wollen, da unten war ein Secret. Hier auch. Und hier müssen wir vorbei. Und schon. Schöner Mond. Und Achtung auf die Fledermäuse, die töten einen. Also, aufpassen hierbei. Oh Gott. Ne, also hier brauchen wir jetzt die sogenannten Fleischbälle. Da jetzt dann Slogs kommen. Hunde. Okay, ich korrigiere. Diesmal sind es nur Steinbrocken. Da wir die Mine entschärfen müssen, um den Slick zu töten. Servus. Gut. Weiter geht's. So schön ruhig, ohne den PC. Oh, das ist ein Slick. Achtung. Bestimmt, ich gebe gleich mal hin. So, aufpassen. Immer schön hinterher und... Arschloch. Gefällt mir nicht. Ehrlich. Na gut, das wird schwachen. Dann eben nochmal. Wenn nicht viel verpasst. Mal so kurz den Slick töten. Und... Langsam heran. Warten bis er kommt. Mal so auf die Fledermäise aufpassen. Weiter geht's. Komm schon. Heute noch. Oh Gott. Äh, ich höre sie schon. Die Slocks. Die Bombe sollen wir lassen, wenn wir da nachher den... jetzt gleich auftretenden Slock töten können. Oh Gott. Da der jetzt sofort in die Bombe reinspringen und... Ja. So, dass das Spiel ausscheidet. So. Noch drei Steine passt. Da kommt gleich wieder ein Slock. Achtung. So. Den müssen wir jetzt erlocken. Und ihn in die Bombe laufen lassen. Good job. So. 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 So geht's also nicht. Hm. Na gut. Weitere geht's. Komm schon. Ach. Ärgerlich. Na gut. Dann lassen wir diesen Slock einfach mal in Ruhe. Und gehen weiter. Das war ein Schand. Gut. Weitere geht's. Ähm. Da muss ich noch schneller machen. Ey, das gibt's noch nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Wie schnell ist der schon wieder? Ich weiß noch. Okay. Jetzt mach ich's schneller. Oh, das ist ärgerlich ey. Ein gefühlte halbe Stunde an einer Segel. Das ist ärgerlich. Komm jetzt. Oh, ich hasse euch. Gut, weg damit. Weiter geht's. Oh. Oh. Spung schön in die Bombe. Oh mein Scheiß. Haha, Idiot. So. Und weg damit. Verlassen wir mal diese Etage. Ah ja, stimmt. Kann ich das nur vergessen. Es geht ja dahinten weiter. Ja, hier geht's weiter. Jetzt kommt gleich eine Zwischenfrequenz und die schalten wir wieder raus. Und hier sind wir im... Hier ist der Tempel jetzt nochmal. Ach, sorry. Vierhof Tempel glaube ich genau. Die Tempel, wo wir jetzt dann auf die... Den müssen wir nachmachen. Hallo. Die Tempel. Oh, der ist ja. Das ist ja. Hammer. Der Tempel. Ja, der ist ja. Oh. Ja. Ach Gott, schon lange nicht mehr gespielt. Den müssen wir übernehmen und eins auch überlegen. Er war doch noch ein anderes Lick. Er hat doch noch ein anderes Lick. Ja, gut, weg damit. Gut, passt. Weiter geht's. In diese Rohre kann man auch reinspringen. Ganz einfach. Einfach die Taste nach oben gedrückt halten. So, aha. Gut. Gehen wir mal weiter. Okay. Ähm. Achso, hierher genau. Das ist ein Lift. Aufzug praktisch zum Hochziehen. Ähm. Gib es mir da nachmachen. Gut. Und das war's schon wieder von Part Nummer 3. Und das war's schon wieder von Part Nummer 3. Tschau. Leute, Part Nummer 4 folgt sofort.